werde ich jetzt die gegner aufregen spielen ein paar leute aus dem chat gerade schon und queuen mit uns bestimmt haben wir einen das wäre wie gesagt die größte angst wie wir am anfang gesagt hätten haben dass wir jetzt gegen so eine keine ahnung voidlord villain dream chloa gruppe kämpfen im gegner team heißt einer frager ja das ist immer kein gutes zeichen kein gutes zeichen kraft spielten space vulpera genau wir haben vorhin gesagt wir sind die guardians of the galaxy wenn du sie bei wish bestellt und das kommt auf jeden fall so wie der a oder was bei der quelle stabil meine kapsel ist customized ich hoffe eure auch die ist rund und gelb wie ich bei mir ich habe nur nicht zwei geschaltet du hast ja so ein riesig heftigen pass gekriegt also ich habe da noch nichts ja okay wo müssen wir hin wir landen bei a glaube ich irgendjemand hat was anderes ausgewählt okay ich hab gar nichts ausgewählt irgendwas anders gekriegt cool ich finde das schön dass die ansager stimme am anfang auch immer noch mal ein bisschen was erklärt sollte man binnen einer runde komplett vergessen haben was man macht wie ich jedes mal das ist echt nett ich glaube die erzählt die skill punkte die du dir ausgewählt hast ja genau so von wegen kann es mehr gesundheitskisten tragen und genau so ein kram das finde ich sehr gut ich freue mich schon wenn ich in zehn jahren oder so den punkt erreicht habe dass ich von npc gegnern kein schaden mehr bekomme aber dieser tag ist noch fern auf jeden fall das war meine tarnpflanze ach das sind tarnpflanzen ja macht sinn weil die pflanzen halt tarn ne ist schon jana direkt akro big brain auf einer skala von 1 bis 10 wie krass würdest du tryharden würdest du nun sniper und mich im gegner team sehen naja gut das gute ist ja ich müsste halt nicht tryharden ne ich würde blind rein sprayen und hätten easy double kill ja das wäre ja eh nur opfer jetzt habe ich noch mehr angst vor dem moment aber ach guck mal die kugel die ich schmeiße ist ein schild für euch oh das ist cool ja die ist schon weg hier jana hier tarnpflanze tarnpflanze heißt aktivieren dass ich da durchlaufen muss oder nur dass ich sie anschließen muss ich denke mal durchlaufen oder haben wir schon einen schwarmtimer eigentlich ja da vorne in die richtung die wir laufen gesundheitsmultiplikatoren unterwegs der tutorial npc der so standard war der konnte auch airdrops wollen wir da hin zu dem gesundheitsmultiplikator der ist hier unter uns das könnten wir mal probieren ja natürlich weil was soll passieren bäum bäum ich weiß nicht aber der landet glaube ich erst in zwei minuten ne achso ja das wäre natürlich dann nicht so gut getimt zwei minuten 26 wann kommt der schwarm ja aber vielleicht sind die auch dumm und haben das nicht gesehen und kommen jetzt da 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 das 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 da 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 das da 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 auch liegt und nicht nur an der Umgebung, aber... Aber gibt's den Monster Hunter auch nicht so Kätzchen, wie du bist? So aktiv habe ich es tatsächlich nicht verfolgt, aber... Ja, jede Kat! Kit, nicht Kat. Ja, da gibt's diese Begleiter, ne, wenn Monster Hunter wird. Ja, genau, die so aussehen wie Kraft. IAL aber. Richtig nice. Schön bärtig mit so einem Dosenbeer in der Hand. Leute, es geht auf die Monsterjagd, Allah. Level 2. Werden wir hier grinden vielleicht nochmal als Info. Wir haben netterweise von Amazon, vielen, vielen Dank dafür, haben wir schon 4 Access, 4 Release Keys bekommen. Deswegen können wir schon 3 Stunden vor offiziellen Release Stream und spielen. Und ihr könnt das auch, denn wir haben noch mehrere Keys bekommen, die unsere lieben Bots regelmäßig im Chat raushauen. Die müsst ihr bei Steam einfach aktivieren. Ansonsten, wenn alles glatt läuft und wir wissen beim Release, kann es immer Probleme geben. Deswegen können wir da auch Augen zu drücken. Aber an sich müsste 21 Uhr, wenn ich es jetzt nicht völlig vertauscht habe, der offizielle Release sein. Und da könnt ihr dann normal runterladen und spielen. Ähm, wollen wir jetzt den den Schwarm überlassen oder wollen wir jetzt, äh... Naja, überlassen sollten wir den nicht einfach, oder? Nein, in 20 Sekunden ist er da. Ja, da kommt auch das Gesundheitsding. Ich meine... Ach so. Soll ich zurückbleiben? Ja, Tobi ist ja schon zurückgeblieben. Bei dir wäre es sinnvoll, wenn du... wenn du halt auf jeden Fall mit dem Schwarm schon gehst und deine... Gegner sind da. Hm. Naja, wir verteilen uns jetzt einfach mal komplett dumm und kriegen da nichts von beiden. Ich glaube, das ist eher unsere Taktik. Also wenn ihr jetzt herkommt... Ich weiß halt nicht, ob das für euch noch zählt. Ich mache... Ich drücke jetzt einfach mal. Ja, mach mal. Testen wir halt einfach, genau. Während Tobi und ich heftige Kills machen, Amina. Oh shit. So, also ich habe auf jeden Fall mehr Leben jetzt. Ist aber auch nicht wirklich viel mehr. Nicht viel mehr, okay. Ich... Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe keinen... 50 Sek... Ist das jetzt oben links? 50 Sekunden. Okay. Also wir haben ein paar angegriffen, aber die ziehen sich gerade zurück und heilen sich bestimmt. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Bin auch gleich da. Das war ein Herz. Herz liegt frei. Ja, aber hier sind alle heftig am Shooten auf jeden Fall. Da hinten ist einer ziemlich low. Ich versuche mir den mal zu holen. Hallo. Bam. Oh nein, der ist tot. Äh... Nicht tot. Ich bin tot. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Come on. Stopp doch endlich. Meine Dots müssen heftiger ticken. Come on. Yes. Huff. Ähm. Oh shit. Wo ist sie hin? Da ist sie. Ich bin down. Die haben versucht das Herz einzunehmen, da habe ich ihn von abgehalten. Alter, sie spielt hier komplett heftig mit ihrem miesen Feld rum. Oh nein, ich sehe nichts. Ich habe die Orientierung vermacht. Ich habe ihn kaputt. Come on, stopp. Yes. Die macht mich kaputt hier. Bam. Ja, ich habe das bei meinem auch gemerkt. So nahkampfmäßig bin ich nicht wirklich... Ich versuche mich schnell zu heilen. Rokto lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Okay. Oh shit, die ist hier bei mir. Granate. Da oben drauf. Triple Boys. Sehr gut. Alter, nice. Ich setze mich hier mit davor. Huch, das war nice. Ich wusste zwar kurz nicht, wo ich bin. Die Demon Hunter im PvP. Ja, voll. Aber we did it. Okay, cool. Sehr gut. Ey, es hat beides geklappt. Wir haben beide bekommen. Das war eigentlich ein Gag, dass wir das so machen. Oh shit. Ich nehme den mal ein. Da lag eine Bombe. Der will drei. Hallo? Ja. Cool. Ich bin zutiefst beeindruckt von euch. Ich werde angegriffen. Ich bin gerade gespawnt. Ja, aber ich sehe dich, Tobi. Ich bin auf dem Weg. Ich sehe euch gerade gar nicht. Ich muss gerade erstmal klarkommen. Das war so viel Gehüpfe gerade. Oh mein Gott. Ja, nochmal zu den Codes. Also, wenn ihr einen Code aus dem Chat erhascht, dann müsst ihr den nur bei Steam eingeben. So ganz normal oben Spiel aktivieren. Und dann kriegt ihr Game und frühen Zugang. Ansonsten, wie gesagt, um 21 Uhr sollte für alles, alles normal, für alle, alles normal zugänglich sein. So. Ich freue mich auf die anstehenden Mad Moments. Ja. Ich bin auf dem Weg, Tobi. Ich nicht. Aber den kriegst du, oder? Ja, nice. Sehr gut. Ist weg, ist weg, ist weg, ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Okay. Cool. Spucker in der Endzone registriert. Spucker in der Endzone registriert. Hab sie. Ich habe hier so ein Ding. Hab sie down. Jawoll. Cool. Läuft bei uns. Alter, Monkman, Junge. Dann gehen wir mal zum Schwarm, oder? Wurde ich sagen. Denke ja auch. Ja, was hattest du gerade gesagt? Ich habe so ein Ding aktiviert. So ein Ding. Ich habe auf jeden Fall irgendwelche Buffs links oben. Da habe ich nichts. Ich kann Sachen aufspüren. Ich habe einen. Na doch, du hast doch da auch was, was bei dir runterläuft. Was macht das dann? Liefert alle 10 Sekunden Essenzen. Das kann nicht. Das ist der Harvester, den wir aktiviert haben. Ich habe hier auch einen aktiviert. Sehr gut. Ich bin so nützlich. Was ist das denn hier? Grind, Junge. Grind, grind. Ich fühle mich wie ein Classic hier. Ich kann eigentlich, ich kann so viel eigentlich callen. Ich habe so Scan-Ansicht mit lauter Sachen, die überall sind und Gegner. Das ist mega krank. Also wenn man es da drauf hat, schnell umzuschalten und sich umzugucken, dann kann ich komplett durch... Solange ich dich nicht retten muss wie ein Classic. Du hast das doch gerne gemacht. Nee, habe ich nicht. Kompletter Hass, Junge. Alter, es hat dich doch richtig gut vorbeigebracht, oder? Ja. Vorbeigebracht, Alter. Es ist vorbei. Bei mir ist auch alles vorbei. Es ist vorbei. Seid ihr schon beim Schwarm? Wir sind auf dem Weg, ja. Ja, ich komme auch demnächst. Wir sind unterwegs. Ich benutze einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich will keinen Erste-Hilfe-Kasten. Jo, das war ein nicer Move von dir. Das ist noch so ein Heil-Ding? Können wir das beide nehmen? Nee. Da klaut er es mir einfach. Toll. So, er ist aktiv. Ja, er ist aktiv. Ich fand das mit dem Harvester deutlich angenehmer, wenn die anderen das machen. Fand ich sehr schön. Ja, die sind da schon. Ja, die falten schon wieder. Oder du bist schon aufs Maul. Ich muss die Treppe hoch hüpfen. Meine kleine Eichhörnchen-Lunge. Oh shit. Granate. Yes. Come on. Die eine ist fast da. Die ist fast hin. Come on. Yeah. Nice. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Rechts sieht es da aus. Alles cool. Die Sniperin ist hinter euch. Die schießt. Hinter uns? Ach da. Hier ist aber auch einer fast hin. Das ist ihr Monk. Der ist ja auch fast dead. Hier unten. Sehr schön. Janas Pflanze richtet ihn. Der hat meine Dots auch drauf. Jawoll. Ich hab sie wieder gemacht. Oh nein. Könnt ihr denn mal aufhören? Schaffe ich sie weg zu halten? Nein. Ja doch. Alter. Weg jetzt mit dem. Meine Fresse. Jana muss ich dringend hier hin. Gut, dass du das sagst. Das war unglaublich. Wir sollten jetzt Gas geben. Oh da. Oh nein. Sie töten mich. Oh Gott. Wer? Wer die Viecher hier? Achso. Die laufen einfach line of side. Einfach irgendwo. Ich hatte ja nichts da. Ja. Jana stellt Pflänzchen. Okay. Jetzt gleich hin. Let's go. Sehr schön. Nimmst du ein, Jana? Ich versuch's, ja. Ähm. Habt ihr irgendwo ein Medipack gesehen oder sowas? Leihpflanzen. Nope. Leider gar nicht aktuell. Ja. Was ist das denn? Ah. Sie ist ein Vieh gespawnt gerade neben mir. Okay. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Haben wir. Sehr schön. Jawoll. Sehr schön, sehr schön. My soul to take. Danke für dein Shearing. Danke für den Code. Ja. Vielen Dank an Amazon für das schöne Sponsoring. Und für das schöne Spiel vor allem. Moment. Ich heile mich Kurt. Yum 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 yum. Ah. Weil da sind ja auch immer solche Heilstationen in der Nähe. Ja. Dass wir uns mal voll heilen. Mal voll voll heilen. Voll 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 heilen. Bzu. Ich bin so am rumhüpfen. Hier oben ist das Kidipack. Seht ihr mich? Äh. Nö. Ah doch. Hier ist mit der mittleren Maustaste dann kann ich das gleich abholen. Hier oben ist ein. Boother B.: Phänicyc buckets Moen. Brauch das noch jemand? Ah. Nehm. Ich nehme hier so ne Stealth-Planze. Ich habe auch einen vier. Da hinten ist noch eins Kraft. Noch eins. Wie du hast vier? Ja. Ich habe vier Medipeks ja. Ich habe null. Okay ich brauche auch um die Medipeks. Ja dann lasse ich euch vielleicht lieber bei hier. Hier ist noch eins. Ich kann auch nur drei aufnehmen. Ich kann fünf tragen. Oh, okay. Ich kann nur eins tragen, aber es regeneriert sich alle 30 Sekunden. Hier ist noch ein Schadensboost. Kati High und my soul to take. Drei Monate. Dankeschön. Ich suche gerade noch eine Heilpflanze. Eine Spuckerkolonie ist da. Da haben sie ja eben gesagt, dass sie gespawnt sind. Oh, shit. Polias, heil dich doch mal. Ja, ich habe nur ein Medipack. Das würde ich jetzt nicht einfach opfern. Ach so, warum hast du denn das? Du hättest nicht auch noch genommen. Ich dachte, das hat Rocktool genommen. Ne, das hatte ich eigentlich. Ich habe es ja extra liegen lassen. Und habe es dann doch genommen, weil du weggehüpft bist. Aber... Ihr müsst mehr miteinander reden, Leute. Ja, Leute, ihr müsst mehr kommunizieren, Alter. Hier oben ist noch ein Medipack und ein Gegner. Und ein Gegner? Ja, so ein NPC. Ne, 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 da ist auch ein richtiger. Der ist da den Weg lang. Das sehe ich auch alles angezeigt. So grüne Kisten hinter Wänden und so. Ich kann fucking alles sehen. Ich bin Gott. Ja, na, ich sehe aber das Medipack nicht. Siehst du mich? Da, dieser hüpfende Bordmann. Ich dachte, ich bin oben auf dieser Brücke. Kann man das sehen? Über sieben Brücken. Muss ich hin. Ansatzweise mal hin, ne? Ja, ich aktiviere mal noch den Harvester hier. Ja. Tolias propfert sich, bevor er einen Medipack wastet. Das ist sehr bunt, Leute. Hier liegt auch noch ein Medipack. Oh, ja. Ja, juhu. Und da kann ich mich mal richtig voll machen. Schön voll machen für Vatertag. Bam. Sind wir in der Nähe? Nee. Wir müssen dann aber auch langsam mal hin, ne? Von Medipack saluten, Alter. Medi, Medi. Das ist ja nicht mehr lange. Das stimmt. Eilt euch, Hobbits. Oh, das ist ein bisschen sehr weit weg noch, ne? Ja. 200 Meter. Ja, gut, aber vielleicht sind die ja auch noch nicht da. Doch. Also. Das wollte ich so nicht hören. Klar, wo sollen die sonst sein, ey? Entschuldigung. Okay, der hat noch über Half-Life. Ich kann das einfach sehen von hier, was geht. Ja, das ist so geil. Vor allen Dingen sehen wir das auch dadurch. Ach so? Hier ist auch noch so ein Heel-Teil. Oder ist das einfach mal auch eine Snipe? Okay, das Ding ist offen. Ja, okay. Schafft ihr das noch? Also, ich bin auf jeden Fall da, aber ob ich es jetzt lange schaffe, die aufzuhalten, das weiß ich noch nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich lebe irgendwie. Aber ich glaube nicht mehr lange. Einer ist weg. Sehr gut. Ich muss mich heilen. Krass. Shit, 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 shit. Yes, sehr gut. Okay. Gut. Heilung läuft. Sieht gut aus, Leute. Was ist hier mit der? Jawohl. Typ ist tot. Typ ist tot. Boom. Boom. Jawohl. Sehr cool. Haben wir es weggemacht. Haben wir gewonnen. Ey, 3-0. Komplett zerlegt. Alter. Was geht? Sehr, sehr cool. Und meistens Schaden. Was los, Mann? Yeah. Cool. Ich war aber nah dran bei dir hier. Ja. Ja. Ich hab den Roktor wieder mal durchgezogen. Wie immer. Wie immer. Ja, der Monk ist cool, Alter. Mit diesem Laserstrahl. Ich glaube, wir haben das erste Mal tatsächlich auch wirklich zusammengespielt. Und die anderen waren einfach auch noch nicht so gut, no. Ja. Ah, schön. Wolltet ihr sagen, dass man das Spiel auch in den Mad Moments erwarten kann? Macht ja anscheinend Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir uns ja sowieso schon mal so ein bisschen näher nicht zurechtgelegt. Aber Amazon Games war jetzt schon öfter Thema auch so im Stream bei uns. Und ich denke, dass da eine Menge Potenzial drin ist. Und wir suchen natürlich auch als größte WoW-Suchtis gerade zur Flautenphase immer mal ein bisschen was anderes. Und wenn wir was finden, was man in der Gruppe spielen kann und was Fun macht. Und wo es auch noch Skins und so gibt. Dann sind wir auf jeden Fall dabei. Ob für immer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht nur eine halbe Stunde oder so.